Es kommt ein Fremder übers Meer in dieses Dorf. Er kommt im Winter, wenn die Menschen hungrig sind, und bringt ihnen Fisch. Er kommt mit der Springflut. Das war letzte Nacht. Weiter. Ich glaube, es kommt ein Feind. Von weit her. Ich suche Kämpfer. Diesen Fremden. Und andere wie ihn. Ich baue eine Allianz zu unserer Verteidigung auf. Ich muss diesen Mann dringend sprechen. Barry Allen. Bruce Wayne. Sie sagen das, als wäre es eine Erklärung dafür, dass ein Wildfremder im Dunkeln in meinem zweitliebsten Sessel abhängt. Er sagte, er kämpft an unserer Seite? Mehr oder weniger. Eher mehr oder eher weniger? Wohl eher weniger. Er hat nein gesagt. Er hat nein gesagt. Hören Sie, Mann. Ich weiß nicht, wer Sie sind, aber wen auch immer Sie hier suchen... Das ist leicht untertrieben, würde ich sagen. Ich stelle ein Team zusammen. Von Leuten mit speziellen Fähigkeiten. Ich glaube, wir werden angegriffen. Das reicht mir. Ich bin dabei. Tatsächlich? Einfach so? Ja, ich... Ich hätte gern Freunde. Großartig. Kann ich das behalten? Ich habe von dir gehört. Dachte, dich gibt's gar nicht. Es gibt nicht, wenn's nötig ist. Arthur Curry. Ich habe gehört, du kannst mit Fischen reden. 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 Vielen Dank.